Ich erinnere mich an eine Patientin aus der ersten Zeit nach meinem Medizinstudium, die an einer weit fortgeschrittenen Tumorerkrankung litt. Ich sehe sie noch im Zimmer vor mir und sie war schwerst geschwächt und hatte den Wunsch nach Erdbeeren mit Schlagsahne. Das konnte ich sehr gut verstehen. Dann habe ich ihr das besorgt und sie konnte das nicht mehr essen. Aber allein dieser Tag erinnert mich immer wieder daran, dass man dem einzelnen Tag mehr Leben geben muss. Und nicht umgekehrt dem Leben mehr Tage. Diese Patientin werde ich nie vergessen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017